Das gleiche denkt sich Demento mit Geld, ne? Ja, Demento Das schenke ich halt ein bisschen, ne? Genau, komm ich kann ja auch, ich hab's doch, oder? Und ich krieg von euch nur Mummeln Nur Mummeln Ah, das kostet alles gut, dann hol ich mir eine Ziefer Demento Ah, die Waffen kostet was, dann werde ich mal einkaufen Crazy Freak! Da ist einer! Warte, wie ich eskaliere! Nicht killen! Oh, ich hab... Nicht killen, nicht killen, bitte Aber immerhin hab ich Double Kill gemacht, so Sieht ziemlich aus, mit der Pistol auch noch reingeholt Ja, am Arsch, Junge Mhm, nicht am Arsch, in den Kopf hab ich den getroffen Schade Oh, fuck, voll viele Feinde von überall, ich will nicht mehr Boom, Headshot, wie auch immer ich den gehett Aber irgendwann hab ich noch mitgenommen Butsch! Ah! Wieso da zu zweit in der Ecke? Und wie, und wie ich aber... Neo, hast du mir denn Ne, und was denn da am Neo? Ja! Du Schlawine! Oh, fuck Freestyler! Oh ja, ohne Tugel ist viel besser Oh ja, mit dem ganzen Geld ist es natürlich deutlich besser Oh, ich schien nicht einsteigen Ich möchte nicht fliegen Ja, gell, warum fliegen wir nicht einfach gegen die Feinde Anstatt hier schwul rumzurennen Ich wurde einfach... Also wenn man so früh stirbt, dann muss ich sagen, macht das Spiel gar keinen Spaß Ja Moment und unklamm einfach unser Team, äh, hier mal eben zum Sieg geführt Und ich hab nichts dafür getan, ich lag die ganze Zeit kurz rum Also das ist aber jetzt, jetzt, jetzt hol ich's da alle Vor allem den Vecinator, mehrfach Ja, ja, ja Vecinator... Deinigst du auf meinem WC? Äh, nein Schade Nein! Oh! Oh, Vecinator! Oh, 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 oh Das ist jetzt schon in den Mund, dass der mich abgeschossen hat Crazy Äh, ich mein, Freestyler, wo sitzt du denn da oben? Was machst du denn da, Mensch? Oh, oh, guck mal, guck mal, guck mal, wie er so anhört Ja, ich hab, ich hab mir gedacht, komm, ich schuck euch mal eine rüber Und ein Freestyler füllt grad sein Leben auf, wie geht es? Wie macht man das? Oh, ja, Freestyler Oh, ja Oh, ja Oh, ja, das tat schon Vor allem das, danach dann Ah, Moment, du, nur weil du jetzt ne Frau bist, kannst du ruhig die Hosen, wenn auch nichts Ich steh mir grad ne Frau mit seiner Stimme vor Oh, erotisch So ne kleine Österreicherin, hm, dimme Baby, wie weißt du? Ja, okay Das ist ja gut Doch, Mann, ey, ist doch nicht, ja, das ist doch Ich hab's gesehen, wie er drei gepimmelt wurde und das war echt verstörend Du stehst du nicht mit dem Geld Nein Ich will in deinem Zimmer stehen Oh Oh mein Gott, bin ich grad eben, äh, gut Das, aber, in der Aufnahme sah es ultra schlecht aus, aber es war schon ein bisschen gut Okay Oh, ich bin immer im Killing Spree Gib mal Obacht, im Menü kann man alles, alles verändern Okay Ja, aber es dauert halt Ja Bis man das ganze Geld dafür hat Also, Menü kann natürlich davon kein Lied singen, weil er das Geld da jetzt schon hat Aber wir anderen müssen natürlich ein paar Runden spielen Runden welchen Team Ja, Bomben ist geplantet, so, jetzt habt ihr nämlich den Salat Ja, Menü hat die tolle Bombe platziert, wo sind die Gegner Ich bin das Ja, nice Du hast aber heute auch nicht wirklich Teamwasser getrunken, ne? Wer macht da Teamküsse? Ich hab, ich Du hast ganz schön auf die Wand abgeschossen, die ist jetzt gestorben, die Wand, die ist immer da Ja, ich hab ultra, ultra, äh, war ein bisschen eklig, aber ich, natürlich hat die Maus geleckt und der Bildschirm war aus, dreimal Ja, wer hat mich da gepimmelt, wer war das? Dark Nutella Super, das dunkle Nutella hat mich umgebracht, klasse Das schwarz Das 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 echt nicht schreinerei Jaaaa Es sind so viele Informationen, die auf mich einfasseln Ich hör nur Jaaaa Was geht? Auf die Gamescom? Ja, ich kann auf die GameCity GameCity Demento, ich hab so viel Geld, ich kann auf die Gamesworld Ja, ich glaube, ich geh hin Man muss nichts zwingend vorbestellen, oder? Man kann auch einfach da hin und dann, oder? Ich hoff's mal Na, also ehrlich Ich hoffe, ich komm irgendwie hin Wenn der tolle Killer hier sich einen VIP-Pass holt, kommt's auch Natürlich hol ich einen VIP-Pass, hallo, mindestens Killer, warum hast du nicht gekillt? Dieser Picker mit seinem ersten... Killer rettet uns M-Mentu, ich hab...Mentu? Genevieve Ich hab, ähm, Scheiße, Bach Ich hab zwei gekillt, aber da war ein dritter noch und der war ganz schlimm, Mentu, oh, oh, oh Aber da spiel ich irgendwie, äh, Privatstellen Äh, ich finde, ich finde es gar nicht so schlecht, ich finde, also ich finde es macht Spaß Männer, ich finde es macht Spaß, oder? Es macht Spaß Ich hab da mal eine Frage Ich hab da mal eine Frage Ich hab da mal eine Frage Sollte man mich abonnieren? Ja? Sollte man mich favorisieren? Ja? Daumen hoch geben? Du bist scheibern? Du bistッ Ich habe den, Dienste Worst? Oh